Ok, die Kost. Da steht doch der Vater. Halbwärts. An dem Ding klemm ich mich ja ein, dass ich nicht wegreiche. Das ist ja noch ein richtiges Muck-Kaffeetassen-Karussell, die Tränen ja richtig schnell, die Kisten. Das ist zu Halloween schön, da ist das immer zugehangen und da geht dann das Licht aus. Da tun die dann immer rumläuten und mit Schaum rumschmeißen und sonst sowas. Was guckst du denn? Weil ich auch mal nicht. Jetzt dreht sich doch eh von alleine. Das ist noch ein kaltes Schaum. In der Kost ziehe, das ist noch der Kost. Oh man, das hört sich so. Es geht nicht so weit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020